Hallo, Pater. Heute Morgen dachte ich darüber nach, mir das Leben zu leben. Es gibt nur wenige Sünden, die der Herr in seiner unendlichen Güte nicht vergeben kann. Es war richtig, hierher zu kommen. Das ist nicht alles, Pater. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte, die wir uns als Kinder erzählt haben? Hier in der Stadt. Schwester, das sind bloß Geschichten, um die Kinder zu erschrecken. Ich glaube, dass es bald passieren wird. Was willst du, Zwergen? Komm schon, schlag sie! Was tust du da? Das bin nicht ich! Hör auf, das ist bescheuert. Wasch mir ihr dreckiges Maul aus. Lucia? Hast du Angst? Fünf Kinder wurden gestern Nacht brutal angegriffen, Juan. Die Leute glauben, dass die Ankunft ihrer Nichte, von der uns der Pater berichtet hat, mit einer alten Legende zusammenhängen soll. Das ist aber kein simples Schlaflied. Das ist eine Prophezeiung. Ein Omen. Lucia! Mama? Nenn mich nicht, Mama! Ich bin nicht deine Mutter! Ich bin nicht deine Mutter! Mama! 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 Halt! Halt!